Hallo liebe Freunde von Oskar, schön dass ihr dabei seid. Wir sind hier in Oskarshausen, hier in unserer Holzwerkstatt. Und ich sehe schon, der Oskar schaut gerade vorbei. Hallo Oskar, bist du auch mit dabei? Ihr kennt ihn wahrscheinlich schon. Wir zeigen euch hier, was wir auch hier vor Ort verkaufen und unter anderem auch bei uns im Online-Shop. Wir haben hier so schöne Pappmaché-Figuren. Diese sind toll geformt, wie zum Beispiel ein Teddybär oder ein Dinosaurier. Und genauso haben wir da einen Einhörkopf. Die sind aber, das ist toll, grundsätzlich sehr farblos. Und an der ganzen Sache wollen wir gerne etwas Farbe verleihen. Und dafür haben wir das Formen-Tapel. Das Form-Clay ist selbstherbende Modelliermasse und bekommt ihr auch im Online-Shop oder hier vor Ort zu kaufen. Kann man drücken, ziehen, quätschen und kitzelt auf der Haut. Gebt ihr das mal? Probier mal. Und davon haben wir einzelne Farben, aber genauso Bastelsets. Die Form-Clay-Masse ist selbstherbend. Das heißt, wir bringen das an, hier an das Pappmaché und es härtet in der Luft. Nachher bekommt man das auch nicht mehr ab. Das funktioniert nicht nur auf Pappmaché, sondern auch auf Holz oder Glas oder Plastik. Also probiert es einfach aus. Kommt vorbei oder stöbert in unserem Online-Shop. Wir freuen euch und auf jeden Fall, euch wiederzusehen. Danke.